Hey, es gibt ja Zauberer, die gehen sich einmal am Schluss fortzaubern, die machen diesen Zweck. Das ist nicht so schwierig, das könnt ihr auch. Aber zum Beispiel nur ein Teil von sich selber fortzaubern, nur ein Teil, das ist extrem schlimm. Jetzt zeige ich euch, wie ich vor euren Augen lege diesen richtig beweglichen, fleischigen, Lennigtaumen wegzaubern. Mira, du kannst gut kontrollieren. Achtung! Zuerst muss man so die Messerhange schleifen. Und dann hat der Lazi gesagt, den muss man hier so einmal durchschneiden. Achtung! Achtung! Zuerst muss man durchschneiden. Achtung! Aufpassen! Achtung! Bitte, wir wollen mal probieren. Das ist aber brutal gefährlich. Also, steh dir mal auf! Steh dir mal auf! Drillet euch mal auf! Drillet euch mal auf! Alle drillet euch auf! Gut, also. Jetzt so die Messerhand, so vorne nehmen. Messerhand vorne nehmen. Jetzt die Messerhand so schleifen. Und wenn sie ganz scharf ist, Achtung! Achtung! Jetzt! Achtung! Einmal so durchschneiden. Und dann nochmal durchschneiden. Und dann noch ein letztes Mal durchschneiden. Und jetzt! Und Pum! Und Pum! Ist gegangen! Super! Super! Aber wirklich gegangen! Ist überall gegangen! Daumen! Und hör wieder den richtigen Daumen! Ja! Und kontrollieren, ob es der eigene Daumen ist. Wenn man jetzt, dass es nach einem Daumen ist von jemand anderem. Daher ist er! Du hast eine Zeche dran! Da hast du gar keinen Daumen! Woher ist der? Wenn du dir keine Zeche verlassen! Dort noch wieder austauschen, dass alle wieder wirklich...